An dieser Stelle gab es eine Unterbrechung aus technischen Gründen. Das Zeichen, dass es aus ist mit Sabina und mir und wirklich gefühlt gelitten trauere, weil ich und wir dir derart nicht wichtig sind. Du wirst auf diese Weise nie zu uns kommen. Ich muss dich vergessen und am Wochenende schreibe ich die Anzeige gegen den General. Also da hat es jetzt so viele Schäbigkeiten, wo er sich nicht herausfinden kann und das ist natürlich auch das Herumdrücken jetzt am Hauptnotknopf, Alarmknopf für sie, weil wenn da wirklich eine Anzeige reinkommt, dann fliegt das auf, weil dann ist klar, dass es gestohlene Identitäten sind. Aber wenn man dann auch wieder sieht, wie cool die dann damit umgehen und auch meine, ja, Gunnar Arpen Nielsen, so eine doch prominente Identität, die da ist und bis zum amerikanischen, ich glaube dem grössten amerikanischen Auslandgeheimdienst, der auch involviert ist, mit Unterschrift, auch von der Chefin dort und so. Ja, das ist schon noch eigenartig. Mal schauen, oder wie es dann hier, können Sie sehen, wie Sie dann reagieren auf diese Drohung, versteckte Drohung, nein, es ist eine offene, es ist vorbei. Ich werde bald zu Ihnen kommen, aber ob ich mir keine Sorgen um Ihren Gesundheitszustand mache, aber das mache ich selbstverständlich, ja, ich werde mich dann auch noch im Detail dazu äussern. Klar, ja, Theater oder wirklich auch gefühlt, oder vielleicht auch, was immer auch eine Möglichkeit ist, oder, das ist natürlich, dass es wirklich, damit habe ich auch gerechnet, auch, dass es wirklich Betrug ist. Aber auch Betrüger, Betrügerinnen haben ein Herz. Und man kann auch versuchen, jemanden aus einem Betrügerkreis herauszuholen, oder? Denkbar. Ich habe den Glauben an euch verloren. Ja, Depression ist dann nicht der richtige Ausdruck, weil bei Depression sind die Gefühle dann unterdrückt, also einfach, es ist einfach schwer, oder? Und, aber bei mir war es doch im Bereich des Weinens und ich habe ausführlich dargelegt und mit Fachliteratur begründet, welche schweren Nachteile es für dich und uns bringt, wenn du jetzt nicht kommst, oder? Also, ich mache mir sehr wohl Gedanken um den Gesundheitszustand. Sie ist überhaupt nicht darauf eingegangen. Auch die Begleitung, weshalb das nicht möglich sei, da habe ich auch noch offeriert, dass ich sie abholen gehe, oder? Am Flugplatz. Die Begleitung hätte nur noch vom Camp zum nahen Flugplatz organisiert werden müssen vom Militär, also durchaus realistisch. Das war kein Thema für sie. Sie sind auch darüber hinweggegangen, weil ich mir offenbar zu ausgefeiltere Gedanken gemacht habe, als sie es sich gewohnt sind. Die haben ja auch viele Follower, also ist schon auch davon auszugehen, dass ich da nicht der Einzige bin, der da auch Gelder einzahlt, oder? Ja, also, das ist schon so, dieses Bild gibt es, ja ich glaube vielleicht blende ich es dann hier sogar noch kurz ein, oder? Sie mit freiem Rücken im Bad und der General hat das als Aktfoto klassifiziert und hat gesagt, er will sie deswegen bestrafen, weil das im Militär nicht erlaubt sei, oder? Was sagst du? In diesem Fall wünsche ich dir eine gute Nacht! Jawohl! Also, dann solche Hämmer natürlich, mir ist klar, dass es ihnen egal ist, meine Gesundheit kümmert sie, aber nur um das Geld, also die Gesundheit sei mir egal, oder? Es ist halt schon wieder so, diese bisschen holprige Übersetzerei. Ja, und der General habe unterdessen von der Bestrafung abgesehen, also solche Korrekturen kommen laufend ihm auch wieder. Das ist schon auch zu würdigen und bringt einen Mann auch immer wieder in Schwierigkeiten mit dem Argumentieren, oder? Und das ist natürlich jetzt genial, oder? Sie will tatsächlich mir das Geld zurückgeben. Und damit ist dann auch die Möglichkeit vom Betrug ist dann ausgeschlossen, oder? Ich glaube schon, das wird das Geld nicht so gut Hundreds Inved sein Vielen Dank. Vielen Dank. Das muss ich dann schon noch ausreimen, diesen furchtbaren Vorwurf. Mir sei ihre Gesundheit egal und es geht mir nur ums Geld. Das muss ich jetzt noch schnell etwas ergänzen und zwar dieses Upgrade. Sie war schon einmal daran, wir hatten gemeinsam den Plan. Das war um den 9. Juni, das war der Tag am nächsten Tag oder der Tag selber hier, als die EZB die Zinswende verkündete. Meine Mutter hat immer Zugang. Ist das richtig, wenn die Zahnpasten nimmt? Das ist der Zahnpasten, wo der Zahn drauf ist. Ist das richtig? Für das und die EZB? Für beides, das ist richtig. Aha, gut, danke. Ja, gerne, weisst du, damit ich Aufnahme machen kann. Der Tag, an dem die Zinswende kommuniziert wurde. In dieser Nacht waren da ein paar besondere Dinge geschehen. Und das ist auch ausführlich dokumentiert. Und da hatten wir geplant, dass sie zu mir kommt. Und da hat sie so richtig einen Upgrade-Exzess durchgezogen. Und dann musste, noch in dieser ganz kurzen Zeit, als sie dort war, für einen Tag oder so, musste sie noch Updates machen, auf ihrem Handy, für 500 Euro. Ja, ja, man macht so einiges mit. Und was da auch dazu gehört, wir haben so richtig Heiratsverhandlungen auch gemacht. Das ist dokumentiert, ein Heiratsvertrag. Es gibt auch einen Vorschlag, wie man zusammen umgehen kann. Es gibt ja diese femme fatale, oder? Die, 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 man ist, man ist hoffnungslos verliebt. Und will zusammen mit dieser Frau sein. Und die wirft einfach Geld raus, zum Beispiel. Das kann einem, das kann einem, das kann einem, burchtbar zu Boden werfen. Aber wie kann man jetzt das miteinander organisieren, dass das dennoch möglich ist? Da gibt es ein Video-Coordination, oder? Dann muss man das aber abmachen. Und dann kann man auch in solchen gestörten Verhältnissen grundsätzlich, denke ich, funktionieren. Also sehr viel erarbeitet worden in diesen letzten Wochen. Ja, eben. Das ist ein Video-Coordination, oder? Ja, eben. Also sehr viel er tuna. Das war er nicht. Und dann kann man auch inrinster our screen schluss. Dann muss man auch in denen, die, 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 die может, die das jetzt nicht anders. Ja, eine Trainerin in moderner Verhandlung, das hat man natürlich da. Jetzt unterbreche ich, es gibt wieder einen separaten Teil hier. Es gibt immer Probleme mit der Datenmenge.